hallo und herzlich willkommen zu diesem video heute mal ja wie kann ich das hässliche moment starbos episode 5 steve book schick machen von xavi ja wir wissen alle ich zeige es noch mal an dieser stelle nicht gerade schön nicht gerade schön wenn man da die anderen teile sieht ja ja hier richtig geiles motiv richtig geiles motiv hier auch ein richtig geiles motiv und dann wie gesagt haben wir dieses hässliche dabei aber es gibt lösungen und die sehen so aus was für ein geiles motiv was mir jetzt gerade wieder auffällt es ist nicht so wirklich perfekt weil wie sagt ist magnetisch hält wie sagt hier auf dem steelbook einfach wie sagt gibt es für um mit versand um die zehn euro kriegt ja sowas ja bei ebay müsste einfach mal gucken und dann kann man das hier aufmachen und sieht auch wirklich so im ganzen wirklich sehr schön also wirklich ein sehr schönes motiv gefällt mir sieht auch von vom druck her nicht hundertprozentig perfekt aber doch schon sehr sehr gut ja also von farben her und motiv war wie gesagt absolut genial was mir jetzt aber gerade so auffällt es passt aber trotzdem nicht so perfekt zu den anderen wenn man die jetzt hier mal so nebeneinander hält erstmal was fällt euch auf der rand fehlt hier und star wars der schriftzug ist unten in der mitte nicht oben und sieht auch ein bisschen anders aus von der farbgebung her ist jetzt nicht hundertprozentig perfekt ich bin jetzt doch nicht ganz so zufrieden muss ich ganz ehrlich sagen es ist trotzdem ein tick schicker ich kann das gar nicht so halten ich hätte dann mal irgendwie was anderes machen sollen was anderes einfallen lassen und jetzt abmacht hässlich passt aber so doch irgendwie viel besser durch die farben ja wenn man ganz ehrlich ist und weil der schriftzug und so alles unten ist ja ich habe ja ich mache jetzt hier ein cooles video aber ist doch nicht so naja es bleibt hässlich und das ist doch wirklich keine gute lösung sind wir mal ganz ehrlich ja war ein kleiner schnell schnellschuss von mir aber wie gesagt trotzdem vielleicht habt ihr was zu lachen gehabt jetzt bei dem video hier aber wie gesagt was ich damit eigentlich hin hinweisen will ich habe doch für andere aus die books das auch schon es gibt halt lösungen müsst einfach mal bei ebay eingeben ist die book cover oder irgendwie sowas oder ich weiß gar nicht genau wie die heißen die bezeichnung könnt ihr mal gucken da findet ihr sowas und ja wenn ihr das interesse habt wie gesagt findet wie sagt um die 10 zwischen sechs und zehn euro kosten so die dinger mit versand ist eine gute alternative weil wirklich sagt das ding ist wirklich hässlich ich will aber den film haben und dann klebt man einfach sich so ein ding darüber mit magnet kann man jederzeit wieder abmachen oder klebt man sich auf der rückseite wie man möchte halt wollte ich euch bloß mal so ein bisschen zeigen dass es sowas überhaupt gibt weil viele wissen das auch gar nicht und ja in diesem sinne wenn ich das video gefallen hat könnt ihr gerne daumen nach oben geben abo dalassen glocke vergesst nicht zu aktivieren und dann soll es das auch an dieser stelle gewesen sein vielen dank fürs zuschauen und wir sind beim nächsten video bis dann ciao